Wusstet ihr, dass man den Oscar, den Nicolas Cage für seine Darstellung in Leaving Las Vegas gewonnen hat, im Film 8mm auch kurz zu sehen bekommt? Es ist nämlich die Szene, in der Nicolas Cage in das Büro einbricht. Da ist er nämlich mit schwarzen Schnüren im Bondage-Stil umwickelt zu sehen.